Hallo und herzlich willkommen zum Michael-Jackson-Podcast. Mir gegenüber via Skype sitzt Tim und mein Name ist Kai. Moin. Hallo Tim. Guck schon, es ist gar nicht mehr holprig. Ja, nee, gar nicht. Ist voll gut. Geil. Zweiter Versuch und voll gut. Zweiter Versuch und direkt drin. Direkt drin, ja. Kai, weißt du, was mir auffällt? Das wollte ich eigentlich schon die letzten Male sagen. Ich hab gar keine Ahnung. Bin total gespannt. Ja, mir ist aufgefallen. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich dich jetzt über Jahre korrigiert habe. Oder ob das tatsächlich... Aber ich vermute, dir ist einfach aufgefallen, dass es richtig ist. Du hast Podcast gesagt. Hast du das die letzten Folgen eigentlich auch schon gesagt? Ja, hab ich schon die letzten Folgen gesagt. Ah. Und das hat sich bei mir einfach so ein bisschen angeeignet. Das hat aber gar nichts mit der Korrektur zu tun, sondern ich hab das vor kurzem erst selber gemerkt, dass ich das in den letzten Folgen auch gesagt habe. Aber eigentlich finde ich immer noch Podcast richtig. Sagst aber Podcast. Stimmt, ich sag Podcast. Irgendwie klingt das jetzt besser für mich momentan. Aber vielleicht ändert sich das ja auch wieder. Das ist immer stimmungsabhängig. Im Lauf der Folge. Ich finde deine Stimmung gerade ganz gut. Ja. Siehste. Aber wir reden ja... Vor. Ja, wir haben heute was vor. Wir reden ja auch über Sachen und da wird die Stimmung bestimmt auch mal ein bisschen anders noch. Da müssen wir mal auch auf den Tisch hauen hier. Und deswegen, heute geht's nämlich eigentlich so ziemlich wie... Oh, jetzt muss ich aber überlegen, weil letzte Folge war André Santisi. Das fand ich übrigens interessant. Ich hab's tatsächlich immer noch nicht durch, weil die so lang ist, dass ich dann eingeschlafen... Also ich hab das zum Einschlafen gehört und ich bin tatsächlich eingeschlafen dann. Aber nicht, weil es so langweilig ist, hoffentlich. Nee, weil ich immer einschlafe. Einfach, wenn ich zum Einschlafen mir was anmache, dann höre ich das nie zu Ende. Ja. Ich bin auch so die drei Fragezeichen-Generation, die nie eine Folge zu Ende gehört hat. Und genau, das hatten wir ja und davor hatten wir ja nämlich schon mal eine Folge so ähnlich wie die heutige, nämlich, dass wir über aktuelle Themen so ein bisschen sprechen, weil... Und das eignet sich jetzt momentan auch ganz gut, weil es halt einfach wahrscheinlich auch dann das nächste Mal wieder Updates gibt, worüber wir sprechen können. Ja, und heute, ja, im Großen und Ganzen natürlich auch um Thriller 40, denn da gibt's ein paar Updates und ich hab natürlich auch noch so ein paar andere Sachen mir aufgeschrieben. Aber ich glaub, das ist so dieses Grundthema. Also es hat heute alles so ein bisschen mit Thriller zu tun. So, bevor wir uns jetzt weiter in unsere Themen vertiefen, sollten wir vielleicht erst mal Jenny sprechen lassen. Die hat nämlich mal wieder News mitgebracht. Und deswegen geht's jetzt erst mal damit los. Here is some news for you. Thank you, Jenny. Hallo, ihr Lieben. Ich melde mich nach längerer Zeit mal wieder bei euch zurück mit den Malibu-News. Allerdings gehe ich nicht zu weit in die Vergangenheit zurück, sondern bleibe bei den eher aktuellen Themen. Nächsten Monat bekommen wir ja endlich ein neues Projekt. Thriller 40 steht an. Sechs der Bonus-Tracks wurden bereits veröffentlicht, wobei wir nur einen nicht richtig kennen, nämlich What a Lovely Way to Go. Vier Songs stehen noch aus, also sind wir gespannt. Viel mehr möchte ich zu Thriller 40 auch gar nichts sagen. Hierüber werdet ihr im Podcast sowieso auf dem Laufenden gehalten. Aber noch ganz kurz zur Thriller 40 Challenge. Mensch, Fans weltweit versuchen ja hier den Song Thriller auf Platz 1 der Billboard Top 100 zu kriegen. Und zwar in der Halloween-Woche vom 28.10. bis zum 3.11. Die US-Fans werden den Song streamen und kaufen, aber wir können ihnen dabei auch helfen, indem wir den Song im Internet bei Radiostationen anfragen. Radio Play wirkt sich auch auf die Zahlen aus. Also kann jeder von uns noch ein bisschen was dafür tun. Das wäre ein neuer Rekord für Michael. Im Zuge von Thriller 40 können wir uns dann wohl auch auf drei Dokumentationen einstellen. Eine deutsche, die wohl im Dezember erscheint und bei der auch Alex Gernand dabei sein wird. Eine über die Victory Tour von Randy Tara Borelli im Rahmen einer CNN-Production über legendäre Touren und eine offizielle vom Estate, allerdings produziert von George Nelson, der sich bei einigen Aussagen rund um Michael in der Vergangenheit nicht gerade mit Ruhm bekleckert hat. Hoffen wir, dass er seine Meinung geändert hat und sich dazu auch bekennt und vor allem, dass die neue Doku dem Thriller-Projekt gerecht wird. Aber wir kommen hier auch zu einem weiteren Jubiläum, denn diesen Monat feierte Janet's Album The Velvet Robe 25-jähriges Jubiläum. Hierzu veröffentlichte Janet nun eine Special Edition mit Bonustracks, die hauptsächlich aus Remixen der schon bekannten Songs bestehen. Und zwei rare Zusatztracks beinhalten, nämlich den Song Accept Me, der bislang nur als B-Side von Everytime veröffentlicht wurde, und Gods Stepchild, den es bislang nur in Japan als Bonustrack gab. Übrigens, The Velvet Robe 25 erklong direkt Platz 1 der US-Apple-iTunes-R&B-Topseller-Liste. Hierfür bedankte sich Janet in einer Video-Message bei den Fans, dass man ihr zu einer erneuten Nummer 1 verholfen hat. The Velvet Robe 25 ist allerdings nun digital erhältlich. Und apropos Janet, sie war bei der Fashion Week in Paris Anfang Oktober auf vielen Shows zu sehen. Bei einer lief sie sogar mit, nämlich für den Designer Tom Brown. Fans konnten sich über viele verschiedene Stylics und Outfits von Janet quasi täglich freuen. Und zur selben Zeit war auch Paris Jackson in Paris und lief dort auch bei einer Show mit, nämlich für Philipp Plein. Zudem gab sie zwei Konzerte in Paris. Das Schöne, einmal trafen sich Paris und Janet und beide teilten gemeinsame Fotos auf ihren Social-Media-Accounts. Paris können wir übrigens auch im aktuellen Video von Willow Smith zu deren neuen Song You're a Stranger als Co-Star sehen. Schaut da mal rein. Zu guter Letzt freuen wir uns natürlich auch noch auf das Buch von Alex Gernand, welches am 27.10. im Klartext Verlag erscheint. Behaltet insoweit gerne den Podcast und auch die Malibu-Seite auf Facebook im Auge für Überraschungen rund um diese Neuerscheinung. Das war's erstmal mit den aktuellen News rund um Michael und die Jacksons. Ich wünsche euch eine gute Zeit, ein schönes Wochenende noch und bis ganz bald. Eure Jenny. Bist du denn schon in der MJ-Mania wieder? Ja, das ist ja und nein. So privat meine ich, so privat. Ja und nein, wie gesagt. Also es ist bei mir so. Ich habe auch, wie gesagt, so ein paar Sachen aufgeschrieben, was ich erwähnen wollte. Und eins dieser Dinge kann ich gleich zu Beginn erwähnen. Ich habe endlich bekommen, ich habe die letzten Male immer mal wieder, glaube ich, zwischendurch erwähnt oder in den Folgen auch mal, dass ich Sammler dieser Ultimate Collector Books bin von Fabrice Ancelet und Sebastian Mill aus Frankreich und das Thriller-Buch ist angekommen. Beziehungsweise die Thriller-Bücher. Ich hätte jetzt gar nicht Thriller so betonen müssen, ne? Bücher wäre eigentlich schwer. Thriller-Bücher. Nein, also die Thriller-Bücher sind auf jeden Fall da und da habe ich mich sehr gefreut. Der Schuber ist so ein bisschen angeschlagen, das war schade, aber da stehe ich gerade auch mit dem einen Autor noch im Kontakt, ob man das noch mal tauschen könnte. Das geht aber nicht. Nee, das ist auch nicht seine Schuld. Frechheit. Frechheit. Entschuldigung. Nein, aber der Versand ist einfach auch schwierig, glaube ich, weil die Dinger einfach irre schwer sind und da trifft ihn keine Schuld. Er hat es schon gut verpackt, aber trotzdem kamen die so ein bisschen lädiert an. Dafür sind die Bücher aber auch prima. Und da habe ich mich sehr gefreut. Insofern bin ich da wieder so ein bisschen im Thriller, im Thriller-Rausch kann man fast schon sagen. Ja. Aber ich habe kaum Zeit gehabt, da wirklich reinzuschauen, weil ich gerade durch die Arbeit viel habe und das irgendwie nicht hinbekommen habe. Und dann bin ich dazu noch, um auf deine Frage zu antworten und die abzurunden, immer noch nicht schlüssig, was ich mir jetzt eigentlich bestellen soll. Und da möchte ich mit dir heute auch drüber sprechen. Ja. Wie sieht das bei dir zurzeit aus? Ich meine, es ist nicht bestelltechnisch, sondern Michael-mania-mäßig? Ja, ich bin pünktlich zufolge eigentlich wieder ganz schön im MJ-Game irgendwie. Ich habe ja das ja immer so phasenweise und ja, ich bin jetzt irgendwie seit ein, zwei Wochen oder so, bin ich schon wieder sehr, höre ich schon wieder sehr viel Michael, gucke schon wieder sehr viel Sachen und es passt jetzt auch perfekt, weil Thriller 40 jetzt ja auch nicht mehr so weit entfernt ist. Also ein bisschen noch, aber es passt gut. Und ja, bei mir passt das voll gut, aber das hat jetzt nicht unbedingt mit Thriller 40 zu tun. Also ich muss sagen, ich glaube, wir haben das ja auch schon in den letzten Folgen durchscheinen lassen, dass wir jetzt gar nicht mal total gehypt sind wegen dieses Releases. Also es ist natürlich cool, aber so richtig wie bei Bad 25 zum Beispiel ist es jetzt meine Aufregung nicht, sage ich mal. Ja, ich weiß nicht, bin einfach wieder so auf der MJ, in der MJ-Phase und ja, und was ich mir bestellt habe, um das mal zu beantworten, ich hatte es ja schon mal gesagt, weil ich habe mir jetzt nichts Neues nachbestellt und jetzt muss ich auch überlegen, ich glaube es war die Doppel-CD, die Standard-CD und ich meine die Weine, die Vinyl. Ja, gut, nee, dann weiß ich es auch, du hast dir aber bestellt, die teure, du hast dir diese Box, diese Ultramastered irgendwas, hier Master Recordings heißt die Reihe, glaube ich, ne? Genau. Die hast du dir bestellt für 100 irgendwas Euro. Kann sein, ja. Ja. Und ich hadere immer noch die ganze Zeit, weil ich finde es immer noch so, ich bin immer noch, ah, das was mich so nervt ist halt, dass die Vinyl nicht klar ist, ob da jetzt die Bonus-Tracks auch mit drauf sind oder nicht, ob das ein Doppel-Vinyl wird oder nicht und das macht mich irgendwie fettig und ich kann mich nicht entscheiden, was ich mir jetzt bestelle. Außerdem kommt dazu, dass ich dann irgendwie denke, ey, es gibt noch diese Walmart-USA-Edition und die von Target, das sind ja beides zwei Supermärkte, zwei große oder Kaufhäuser und bei der Target reizt mich eben die Slip mit, über die du die schon mal lustig gemacht hast, also diese Schaltplatten-Filz-Matte. Die finde ich aber ganz geil. Nee, also nicht wegen des Lippen, sondern einfach über das Artwork, ne, aber vielleicht sieht das jetzt ja auch gar nicht mehr so aus. Das weiß man jetzt ja gar nicht mehr. Nee, das weiß man nicht, aber auf jeden Fall, da habe ich irgendwie Bock drauf, das zu haben und alles wird mir aber auch zu teuer, weil es wird ja auch alles teurer gerade irgendwie und das nervt halt dann auch nochmal und dann kann ich nicht unbeschwert shoppen. Ich weiß irgendwie nicht, was ich machen soll. Ja, gut, aber es ist ja jetzt ja nicht so, dass es eilt, also es ist ja noch hin, bis es rauskommt, ein bisschen. Ja, was heißt, naja, ein Monat, ne? Genau, und ich glaube, es sieht ja jetzt nicht so aus, als wäre es total schnell ausverkauft. Nee, ich weiß aber nicht, wie das mit diesen Master-Recordings ist. Ich meine, die sind natürlich relativ teuer und habe keine Ahnung, ob sich das lohnt oder nicht und das weiß ich halt alles nicht. Ja, ich weiß nicht, also bei mir war es halt einfach so, dass ich es mir natürlich einfach auch gekauft habe aus Sammlergründen und nicht, weil ich jetzt denke, da sind vielleicht die Bonus-Tracks drauf, wäre natürlich geil. Nein, die, die du gekauft hast, die Platte, da sind keine Bonus-Tracks. Ja, eben. Und dann gibt es ja noch eine andere irgendwie und das weiß man jetzt noch nicht, aber ich frage mich halt, wo ist der Sinn, wenn die jetzt da nicht drauf sind? Auf der Vinyl werden sie nicht sein, das wird wieder nur auf der CD sein. Das ist so ähnlich wie bei der Escape, wo du... Nur die Remixe kriegst. Genau, wo du auf dem Album, auf dem Vinyl-Album eben wirklich nur die Remixe hattest und nur auf der CD waren dann als zweite CD die Tracks, die du eigentlich hören wolltest. Ich habe mir gerade übrigens eine Schallplatte gekauft, die hast du glaube ich auch. Welche? Live in Auckland, 96. Nee, habe ich nicht. Habe ich dich mal gefragt, ob ich mir die kaufen soll. Ach so. Hast du gesagt, Qualität ist scheiße. Ja, Qualität ist auch scheiße, aber ich wollte halt eine Live-Platte jetzt haben mal. Und also so wie du auch letztens, glaube ich, ich glaube deswegen hattest du mich auch gefragt, weil du auch eine Live-Platte haben wolltest. Ja, Qualität ist mittelmäßig, glaube ich. Die habe ich jetzt auch noch nicht. Ich habe so eine Limited-Color-Vinyl da gekriegt, irgendwie für nicht so viel Geld. Die habe ich jetzt einfach gekauft, weil ich mir dachte, ey, ich will jetzt eine Live-Schallplatte haben und die ganzen Bad-Bootlegs, die sind alle zu teuer. Die My Way und keine Ahnung. Wobei My Way halt sowieso, die würde ich mir eh nicht anhören. Die sieht nur geil aus halt. Die Qualität mäßig ist die halt nicht gut. Ich hätte halt wahnsinnig gerne das Los Angeles-Konzert nochmal als Schallplatte irgendwie. Das müsste ich aber dann selber machen und das ist auch so teuer. Vor allem, weil das dann irgendwie vier Schallplatten werden müssten, glaube ich, oder zwei mindestens. Naja, aber ja, mit Thriller, also ich würde da jetzt noch ein bisschen warten tatsächlich. Also ich glaube, man kann ruhig nochmal zwei Wochen abwarten. Es werden jetzt ja diese Tracks weiterhin revealed irgendwie und vielleicht stellt sich dann doch noch raus, ob es da irgendwie wo was enthalten ist und so. Ich finde auch, ich muss auch sagen, ehrlich gesagt, dass man jetzt die Inhalte nicht genau kennt. Ich habe das Gefühl, dass das nicht unbedingt ein großes Excitement hervorbringt bei den Fans, sondern dass die Leute eher Angst haben, dass sie halt verarscht werden. Das ist leider so. Bei Bad wäre es vielleicht was anderes, wenn es ein Bad 40 oder Bad 35 Release wäre oder so. Dann wäre man da vielleicht anders, aber Thriller ist halt so, das muss man halt auch sagen, dass dieses Release, natürlich Leute Bock darauf haben, aber sehr, ich habe das viel gelesen, dass viele Leute eigentlich der Meinung sind, es ist nicht nötig, jetzt nochmal Thriller zu veröffentlichen zum 40. Man hätte da bis zum 50. wenigsten warten können und man hätte da so viele andere Sachen machen können und das sehe ich leider auch so. Deswegen, bei mir ist halt dieses Excitement gar nicht so riesig, weil, und da bin ich mir ziemlich sicher, die meisten Bonus-Tracks, die sind halt einfach schon seit 10 Jahren irgendwie im Netz, die kennt man. Ja, ich habe mal kurz reingehört, das letzte, was jetzt geupdatet wurde vor ein paar Tagen, war What a Lovely Way to Go. Und da habe ich aber jetzt nur gefunden, so ein Mini-11-Sekunden-Snippet. Ist es das, was existiert? Genau, das ist das, was vor zwei Jahren oder so im Netz landete, dieser kleine Ausschnitt. Das soll angeblich ein Mix sein von Mark Ronson. Das wurde wohl für Escape oder irgendein anderes Album, was zwischendrin geplant war und natürlich wieder abgesagt wurde, wurde da wohl irgendwie schon mit Producern was gemacht und Mark Ronson war wohl einer von denen. Und ja, ich weiß aber nicht, ob das stimmt, weil ich finde, das klingt sehr, sehr Fan-Made, dieses Snippet. Also da ist eine Beatbox drin, die von Michael aus Dangerous-Zeiten kommt und so und das weiß ich nicht, ob man das machen würde. Aber das ist das und mehr gibt es davon auch momentan noch nicht zu hören. Nee, dann gibt es noch Behind the Mask. Genau. Demo, ne? Genau. Kennt man vom Michael-Album im Prinzip, nur halt nicht die Demo. Genau. She's Trouble. Ja, ja. The Toy, das ist das gleiche wie Best of Joy, richtig? Das ist wohl die Demo von Best of Joy, ja. Und Got the Hots. Und bei Got the Hots war ich mir sicher, ich habe vor der Folge nochmal geguckt, aber es ist nicht so, dass ich das auf irgendeiner CD habe. Ja, hast du auch. Auf welcher denn? Ich glaube auf der Ultimate Collection ist das drauf. Du meinst auf der Longbox? Ja. Nein. Nee, es ist aber released. Es ist, dann ist, glaube ich, auf einer Thriller 25 irgendwo drauf. Nein. Doch, auf einer bestimmten. Nicht auf jeder. Es ist auf jeden Fall schon released auf irgendeiner CD. Ich muss das jetzt nebenbei nachgucken, es tut mir leid. Okay, mach das. Du wirst mich jetzt aus dem Hintergrund noch hören, aber ich muss da wirklich, es ist nicht weit weg, ich behalte einfach den Kopf hier rauf, ich höre nicht weiter. Aber ich muss das eben rausfinden. Ja, mach das mal. Auf der Longbox müsste das dann ja aber drauf sein, eigentlich, die sind ja chronologisch geordnet, ne? Äh, ich glaube schon. Hier ist nichts. Es müsste ja Thriller-Ära sein, oder nicht? Äh, die Thriller 25. Ich bin jetzt bei der Ultimate. Ja. Ich weiß gar nicht, ob das da so geordnet ist. Thriller 25. Warte, ich bin gleich wieder da. Es wurde auf der, ich weiß es jetzt nämlich schon, weil ich hab gerade gegoogelt, aber ich weiß nicht, ob Tim mich jetzt noch hören kann. Ich höre nicht. Genau, das wurde auf der 2008 Bonus-Track auf der japanischen Thriller 25-Pressung released. Also nicht auf unserer wahrscheinlich. Ja, ich hab die japanische zumindest nicht. Okay, dann kann ich wieder zurückkommen. Die hab ich auf jeden Fall auch nicht. Aber warum sagt mir das dann so viel? Gott, doch. Ja, weil es halt ein sehr bekannter Song schon ist von Michael. Also den, der ist halt, kennt man. Die Japaner wieder, ne? Die bringen übrigens jetzt auch tatsächlich, ähm, Thriller 40 raus mit, mit Poster. Ja, ich hätt lieber ein Konzert, aber. Und, ja, natürlich, ich hätt auch lieber ein Konzert, aber die kriegen mal so schöne Gimmicks da drüben. Von der Thriller-Tour, dachte ich vielleicht. Von der Thriller-Tour. Ja. Ja, gut. Gute Idee. Oh, jetzt hab ich getrunken, das ist natürlich doof. Ähm, so. Also, wir haben The Toy und What a Lovely Way to Go. Das sind so die, die neuesten gerade. The Toy. Ich hoffe, dass der sich ein bisschen noch unterscheidet von dem Best of Joy, was wir kennen. Glaube ich, aber nicht so sehr. Ähm. Hab gehört, dass er relativ, dass er im Prinzip sehr, sehr gleich sein soll, sehr ähnlich sein soll. Also, schon. Aber, dass die Startlyrics einfach anders sind. Mhm. Ich weiß es nicht. Das weiß ich auch nicht. Ähm, ich hab übrigens, das wollte ich nämlich diese Folge mal machen. Ich wollte einfach mal predikten, was für Tracks wohl im Laufe der Zeit noch revealed werden. Predikten? Predikten. Und zwar drei Stück habe ich mir aufgeschrieben. Zwei, bei denen ich mir total sicher bin und ein, bei denen ich es einfach hoffe. Und zwar glaube ich, dass Carousel mit drauf sein wird. Das ist aber auch schon mal veröffentlicht. Kommt, das gibt's auch schon veröffentlicht, ja. Das war aber nur ein Snippet, oder? War das nicht auf Shuler 25 nur so ein Stückchen? Kann sein, aber ich, also ich hab das komplett irgendwie, ich weiß nicht. Irgendwo war das drauf, glaube ich. Stierst du dich nochmal auf. Vielleicht auch wieder in Japan oder so. Ähm. Dann glaube ich, auf jeden Fall Hot Street wird sicherlich mit veröffentlicht. Beziehungsweise Slapstick, das sind ja quasi die gleichen Songs, nur mit anderem Text. Und meine Hoffnung ist, dass es Michaels Version von Spice of Life gibt. Das ist ein Song, den hab ich vor ein paar Wochen mal empfohlen, hier im Podcast. Der ist ziemlich ähnlich wie Baby Be Mine, aber sehr cool. Ich mag den sehr gerne und ich hoffe, dass der darauf kommt, weil Michael den wohl angeblich aufgenommen hat und nicht verwendet hat. Und von diesen Tracks weißt du woher jetzt genau wieder? Carousel und Hot Street, die sind seit Jahren, genau. Und Spice of Life ist irgendwie bekannt wohl, dass der, dass Michael, der wurde von Rod Temperton Michael angeboten fürs Thriller-Album und der soll ihn wohl angeblich aufgenommen haben und ihn aber dann verworfen haben, wohl weil er zu Baby Be Mine sehr ähnelt. Oder vielleicht wurde Baby Be Mine auch als Alternative geschrieben, das weiß ich nicht. Es wäre ziemlich cool, wenn da eine Version existiert auf jeden Fall, weil der ist echt, ist ein Hammer-Song. Aber ich finde sowieso, also viele dieser Songs, auch wenn wir sie schon kennen, sind geile Songs. Hot Street und Carousel sind auch ziemlich cool, finde ich. Und Got the Hearts finde ich auch mega gut. Also es, weiß ich nicht, mag ich alles ziemlich gern. Ich muss sagen, mir gefallen viele Bonus-Tracks teils besser als die Sachen, die auf dem Album gelandet sind, muss ich sagen. Ja, Sünde, aber... Nö, gar nicht, Sünde, warum? Es ist halt Geschmackssache. Ich glaube aber da einfach, dass man Thriller schon halt und alle Alben natürlich schon mal so oft gehört hat, dass man auch über Stücke, die halt nicht so offiziell erschienen sind, sich einfach dann freut. Aber mir fällt es dann immer schwer, die so wieder aufzunehmen, als wäre das jetzt komplett neues Material. Weil es halt irgendwie, weiß ich auch nicht, es fühlt sich halt ungewohnt einfach an. Aber ich freue mich trotzdem drauf. Ich bin, du hast gerade gesagt, du bist durch den Thriller, ähm, durch den Release, durch das Thriller 40 Release, jetzt nicht wahnsinnig gehypt. Das bin ich irgendwie auch nicht. Also diese Aufregung, wie sie sich früher eingestellt hat, ist nicht mehr so bei mir. Nicht, weil ich mich nicht darauf freue, sondern weil es irgendwie so... Ja, es ist halt was anderes. Bei Bad wusste man noch nicht, also bei Bad 25, wie sie es machen. Und dann haben sie es richtig geil gemacht. Ja, ziemlich. Und danach haben sie aber einfach so viel verkackt. Danach haben sie einfach nichts mehr gemacht, ja. Dass man irgendwie jetzt dieses Mal immer so, dass die Vorfreude irgendwie immer so ist. Und man denkt so, ja, okay. Willst du damit sagen, du hast dir This is the 10th Anniversary Box, die Box nicht geholt? Natürlich habe ich mir die geholt. Aber... Ich habe die auch. Ich habe die hier in einer Vitrine, in einer extra dafür gekauften Vitrine. Das glaube ich. Dass man dafür extra eine Vitrine kaufen muss. Ja, die ist auch limitiert, die Vitrine. Eine Michael-Jackson-Vitrine. Okay. Mit einem richtig coolen Logo vom Estate. Sehr sarkastisch heute, ne? Ja, muss sein. Herr Dazberg. Nee, aber ich weiß, was du meinst. Das ist halt so ein bisschen anders. Trotzdem freue ich mich drauf. Nur ich würde mir so sehr wünschen, dass einfach diese Bonustracks auch als Vinyl erscheinen. Und das wird nicht so sein. Ja, aber als Bootleg dann vielleicht. Nee, auch nicht. Als Bootleg doch bestimmt. Also es gibt ja auch die Escape mit den Originaltracks. Ja, aber die kriegst du dann auch nicht. Die ist dann auch sauter. Ja, super selten halt vor allem auch dann. Ja. Aber ja, das Excitement hält sich tatsächlich in Grenzen. Ich bin aber, ich finde es cool, dass wir zumindest schon mal zwei beziehungsweise drei Songs da noch als Bonus haben, die wir noch nicht so richtig kennen. Behind the Mask als Demo kennen wir ja auch noch nicht. The Toy and What a Lovely Way to Go, das ist ja fast ganz neu. Vielleicht kommen ja, ey, man weiß es nicht. Also jetzt kann es echt sein, dass noch ein, zwei wirklich komplett unbekannte Songs dazukommen. Und dann hat man schon eine EP. Ist ja immerhin auch schon wie ein neues Album fast. Ich meine, es ist wie ein neues Album, weil der Estet ja sowieso nur sechs Songs auf ein neues Album tun würde. Oder sieben. Und ein paar, die halt, das darf man nicht sagen, ne? Genau, das darf man nicht sagen. Der Estet hat da ja auch ganz klar gesagt, dass wir uns auf andere Dinge konzentrieren sollen. Genau, das hatten wir letzte Folge ja schon. Natürlich, wir konzentrieren uns jetzt mal direkt mal eben ganz kurz umkonzentrieren, bitte. Fokussiere dich mal auf was anderes. Wir haben nämlich noch was, wo vielleicht ein bisschen Excitement aufkommen könnte. Ja, richtig, genau. Ich glaube, wir meinen sogar das Gleiche. Ich glaube auch. Neues Poster. Nein, Spaß. Ja. Neue Merch-T-Shirts. Habe ich überhaupt heute gar nicht geguckt, ob es neue Merch-T-Shirts gibt. Ja. Ne, ich meinte tatsächlich, so wie du ja auch, die Thriller 40 Doku, richtig? Sprechen wir darüber? Ich meinte jetzt eigentlich meinen neuen Kahn an deinen Spaß. Ich meinte die Doku. Da komme ich auch noch drauf auf deinen neuen Kahn. Aber die neue Doku, genau. Die jetzt ja directed wird von Nelson George. Ja. Und ich habe mir Nelson George mal im Vorfeld so ein bisschen angeschaut jetzt nochmal. Wir hatten das ja, glaube ich, ich meine, das war schon mal einmal erwähnt von uns, oder? Die Doku, kann das sein? Oder ist das nur brandneu? Ne, ich glaube, wurde noch nicht. Komplett brandneu. Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, weil wir quatschen zwischendurch ja auch manchmal in diesem Gruppen-Chat da. Und dann wird es schwierig für mich in meinem Alter jetzt noch rauszufinden, was wir schon alles bekommen haben. Jenny hat das in die Gruppe gepostet. Ach, so war es. Okay. Nelson George. Wer ist Nelson George? Kannst du dazu was sagen? Ich kann dazu tatsächlich nicht viel sagen, weil ich habe das tatsächlich, ich bin ja in den Foren aktiv und die Fans sind ein bisschen angepisst, muss man sagen. Weil, nicht, weil Spike Lee es nicht macht. Man hat ja erwartet, dass Spike Lee eventuell das machen würde, aber die haben den wohl rausgekickt. Aber Spike Lee kam tatsächlich auch bei vielen gar nicht mal so gut an, die Doku. Ich fand sie geil, muss ich sagen. Ich auch. Aber bei vielen, die Off-the-Wall-Doku, die kam jetzt nicht so gut an. Bei vielen. Und bei mir die Off-the-Wall-Doku fand ich jetzt auch nicht so geil. Aber, ja, auf jeden Fall ist Nelson George der neue Regisseur und ich selber habe mich über den nicht informiert. Ich habe nur gehört, was er so über Michael in der Vergangenheit erzählt hat. Das ist nämlich jetzt Thema im Forum. Die Fans sind da so ein bisschen angepisst, weil er wohl sich gerade 2005 in der Zeit nicht gut zu Michael geäußert hat in der Öffentlichkeit. Und da halt auch zu seiner Hautfarbe und bla bla bla. Diese Klischee-Sachen, die bei Leuten, die keinen Plan haben, dann immer gleich sind. Wieso wollte der weiß sein? Und bla bla bla. Und solche Sachen hat er sich wohl nicht so geil geäußert, nicht so positiv. Und natürlich steht da jetzt die Frage im Raum oder steht die Frage in den Köpfen der Fans, warum holt sich der Esthelt jetzt ihn? Und ja, ich muss dazu sagen, ich freue mich trotzdem auf diese Doku. Und vielleicht ist es ja auch so, dass der Nelson da was gut machen will. Wer weiß, keine Ahnung. Ich hoffe, dass es gut wird. Ich, ja, aber ich finde es natürlich auch ein bisschen strange, gerade nach dieser ganzen Leaving Neverland-Sache, die jetzt ja relativ vor kurzem noch quasi passiert ist, ist es natürlich irgendwie komisch, dass sie sich jetzt ihn an Land holen. Aber Nelson George war ja auch in der, glaube ich, in der Bad 25-Doku ja auch zu sehen. Aber was hat Nelson George denn mit Leaving Neverland am Hut gehabt? Nee, 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 nee. Ich finde es vom Esthelt nah, gerade weil wir jetzt ja gerade diese Leaving Neverland-Geschichte hinter, äh, Leaving, hieß die Doku so? Hieß die Doku? Ja, ja, das ist richtig, genau. Weil wir das ja gerade irgendwie so abgehakt hatten, finde ich den Move nicht so smart, sich jetzt jemand reinzuholen, der in der Vergangenheit halt irgendwie auch eher dafür war, dass Michael Jackson so schuldig gesprochen wird. Weißt du, wie ich das meine? War er das denn? Naja, er hat sich halt so geäußert, ne, dass das alles, oh, Michael ist auch so fragwürdig. Und er sieht gar nicht mehr so aus, wie er aussah, als ich ein Kind war. Und solche Sachen, das ist ja einfach alles Quatsch gewesen, was er da von sich gab. Ja. Das hat er, glaube ich, aber auch nicht nur jetzt in diesem kleinen Bericht gesagt, den ich dir geschickt habe. Die Fans haben da so andere Sachen noch rausgekramt. Die habe ich mir aber gar nicht komplett angeguckt, weil das reicht ja auch. Nur ich finde es, ich weiß halt nicht, ob es ein smarter Move ist, sich jemand reinzuholen, der irgendwie da schon so blöd gesprochen hat über Michael. Das weiß ich halt nicht. Ich finde das immer ein bisschen blöd so. Aber gut, es gibt, also ich freue mich trotzdem auf die Doku so. Ich würde jetzt auch nicht direkt sagen, das wird nicht gut. Ne. Ich habe mich auch gefragt, wie sie wohl auf ihn gekommen sind. Also ich habe mir angeguckt, habe ich mir seine deutschsprachige Wikipedia-Seite. Und da, ja, es ist seine Seite, also ja, da, wo über ihn halt berichtet wird. Und er ist halt Jahrgang 57 und hat wohl in seinem Leben eine Menge Literatur veröffentlicht über eben afroamerikanische Kultur, auch wo natürlich Musik betreffend hat Urban Hip-Hop, beziehungsweise Hip-Hop Honest ist so eine Sendung, die er irgendwie mit produziert und ist in dieser ganzen Black-Culture-Geschichte wohl eine Nummer, so ein bisschen. Also er hat da viel geschrieben und hat auch schon zwei Bücher über Michael veröffentlicht. Einmal 1984, The Michael Jackson Story. Habe ich geguckt, ob ich das zufällig habe. Habe ich aber nicht. Nicht, ob du das hast. Und dann habe ich noch einmal, was gab es noch von ihm, warte mal, ich habe es hier mir aufgeschrieben vorher. Ich habe das nicht übrigens. Okay, hast du nicht. Du musst gerade überlegen. Genau, dann gab es 2011 noch Thriller, The Musical Life of Michael Jackson. Ja. Wo er, glaube ich, auch schon ein bisschen was über, ich glaube, das Thriller bezieht sich wirklich auch darauf, dass er das Album halt in so einen Kontext setzt. Also es gibt schon zwei Bücher von ihm. Und ja, ich habe das gelesen, was du mir auch geschickt hast, diese Äußerung. Und es gibt auch so ein Interview, was auch so ein bisschen komisch ist. Also ich würde mal gerne wissen, wie man so auf ihn gekommen ist. Weißt du, was ich halt so blöd finde? Für mich ist es halt immer, ich finde es halt immer eigenartig, wenn jemand irgendwie sich so äußert, öffentlich, so irgendwie so Sachen sagt und dann aber so ein Buch wiederum rausbringt, Jahre später irgendwie. Und das ist halt für mich so ein, ja weiß ich nicht, das ist wie die Deutsche oder wie eigentlich die Presse der ganzen Welt Michael die letzten 20 Jahre seines Lebens versucht hat, fertig zu machen. Und dann, als er gestorben ist, dann irgendwie so, ja, oh, wir haben ihn immer toll gefunden. Er war immer der Beste. Und das finde ich halt immer so, ja, das ist das, was mich halt stört daran. Ähm, wenn er jetzt öffentlich gegangen wäre und gesagt hätte, ja Leute, ey, ich habe da Sachen gesagt, die waren halt nicht cool, ähm, das war nicht richtig, dann wäre das was anderes. Aber die wenigsten Leute haben die Eier dazu gehabt, öffentlich dann irgendwie mal zu sagen, ja, das war einfach nicht korrekt. Martin Bashir hat das gemacht, ich finde den immer noch nicht cool, aber er hatte als einer der wenigen, ja, sag ich mal, sich getraut, öffentlich zu sagen, das war nicht korrekt. So, und, und, ähm, für den Estate ist es halt einfach nicht so, es, ja, du verstehst mich, oder? Ja, ja, es ist nicht so wirklich, es fliegt sich nicht so richtig gut an. Ja, und, ja, aber das heißt ja jetzt auch nicht, dass die Doku irgendwie doof wird, sondern ich hoffe, also, was Nelson selber, glaube ich, bei Twitter oder irgendeinem Social Media gepostet hat, glaube ich, ich weiß nicht, ob es ein Post war oder ob es in den News stand, auf jeden Fall wird die Doku das Making-of von dem Album oder des Videos, das weiß ich nicht, feiern und, ähm, auch den Impact. Also, das heißt, wir können, genau, wir können vielleicht erwarten, dass wir auch Sachen da sehen, die wir natürlich noch nicht gesehen haben, wie vielleicht Studio-Footage, ich weiß nicht, ob welche existiert, ehrlich gesagt, ähm, zumindest die, der Song mit Paul McCartney, da gibt es Aufnahmen, aber die gehören, glaube ich, Paul McCartney, ich weiß nicht, ob der die dahergibt für, äh, vielleicht geht es aber auch mehr um das Making-of von dem Thriller-Video, das da noch mehr gezeigt wird, das weiß ich nicht, aber es wird auf jeden Fall, denke ich, Sachen zu sehen geben, die wir jetzt noch nicht kennen, weil, wo die Fans natürlich und ich auch vor Angst haben, ist natürlich wieder eine Doku, in der sich zig aktuelle Künstler wie Justin Bieber, etc., hinsetzen und sagen, wie sehr sie das beeinflusst hat, das, äh, interessiert uns jetzt ja nicht wirklich und das ist auch nicht unbedingt ein Inhalt, den man braucht, ähm, weil wir wissen ja, dass Thriller jeden fucking Musiker wahrscheinlich, Entschuldigung, beeinflusst hat, so ungefähr und die ganze Musikgeschichte irgendwie beeinflusst hat, weiß ich nicht, ob, also ich hoffe, die halten das so ein bisschen, ne, äh, schränken das so auf ein Minimum ein, diese, diese Künstler, die dann sagen, oh man, ich bin mit Thriller aufgewachsen, bla bla bla, ja, schön, aber wir wollen halt was von Michael sehen, ähm, das hoffe ich so ein bisschen, dass das nicht so in die Länge gezogen wird, weil ich fand's halt auch bei Bad 25 schon mega unnötig, ich hab absolut nichts gegen Justin Bieber, ne, aber sein Part war halt wirklich nicht nötig, äh, er saß da einfach nur, hat gesagt, so, ja, im Flugzeug haben wir uns so hingestellt wie Michael Jackson, äh, beim Lied, so, bei Smooth Criminal, das war sein Kommentar in der ganzen Doku und das war halt nicht nötig, einfach ihn da hinzusetzen und da hab ich Angst vor, da muss ich sagen und ich kenn halt auch die meisten Leute dann nicht, das nervt mich. Ja, das wird dann auch erläutert, aber ja, das stimmt schon, das ist richtig. Ich bin auf jeden Fall gespannt und vielleicht gibt's ja noch Sets, ich bin, das ist so, das fühlt sich so komisch an, weil da immer so ein, so ein, ja, dann weiß man wieder nicht, wie wird das denn jetzt veröffentlicht, wird die nur einfach gestreamt oder kann man sich die im Stream kaufen oder wird die auch physisch veröffentlicht oder weiß man nicht, ne. Was ist der Handel oder gibt's noch irgendwie ein geiles Boxset, wo die mit drin ist oder so und bisher gibt's halt einfach immer nur diese Doppel-CD? Ein geiles Boxset, äh, das gibt's sicherlich nicht, aber vielleicht eine Box. Aber es gibt bisher einfach immer nur noch diese Doppel-CD und diese Vinyl und das finde ich so unbefriedigend, weil irgendwie, ich denke, ey, irgendwie man hört dies, man hört das, dann kommt auf einmal so ein Rumor auf von wegen, die Jacksons-Tour wird nochmal veröffentlicht. Oh, das wär so gut, das wär einfach so, ich brauch sowas, ne. Das wär der Hammer und gab's nicht sogar, gab's nicht sogar so ein Gerücht, dass die, äh, dass es eine Jacksons-Doku über diese Tour geben wird? Ja. Gab's doch auch. Wurde wohl, ich weiß jetzt nicht von wem, aber wurde wohl auch mehr oder weniger so bestätigt auch. Genau, und das sind so viele kleine Fruchtstücke. Das, genau, das wollte ich nämlich auch nochmal sagen, diese Doku, ja, wenn die erscheint, die Victory-Tour-Doku, ich mein, ey, es wär doch super smart, wenn man eine Doku darüber rausbringt, dass man dann irgendwie die Leute, die die Doku sehen, die sich dann denken so, wow, krass, okay, die Victory-Tour scheint geil gewesen zu sein, dann wär's doch auch cool, wenn man sich die Victory-Tour irgendwo angucken könnte in vernünftiger Qualität. Zu einfach. Zu einfach, ja. Aber ich mein... Lass uns das bei Victory 100 machen. Oh Gott, ja, dann kriegen wir das nicht mit, du. Ich glaub sowieso, dass wir einige Dinge mitkriegen in diesem Leben, obwohl wir ja so alt jetzt gar nicht sind, jetzt mal gemessen an Fans, die ihn schon zu Jackson-Five-Zeiten erleben durften, die noch viel ärmer dran sind, weil sie wahrscheinlich wirklich im Leben nicht solche Veröffentlichungen sehen werden, aber wer weiß das schon, keine Ahnung, wir sind wieder in so einem Estate-Bashing, es tut mir jetzt leid. Nee, aber das ist ja auch gerechtfertigt. Eigentlich war es gar nicht geplant. Ich hab auf der Liste stehen gehabt. Nee, wir sind ja nicht, also wir müssen ja hier nicht immer nur freundlich sein. Das sagst du dann auch immer, aber wir sind wie jedes Mal so negativ. Ja, aber wenn es um den Estate geht, es tut mir leid, aber es ist ja nicht so, dass wir die Einzigen sind, die da so eingestellt sind. Leider ist es so, ich warte immer noch auf den Moment, dass irgendwer anders beim Estate da übernimmt und mal was Vernünftiges macht. Ja, aber die Thriller-40-Doku, was meinst du, wie lang wird das? Kann man sich da so freuen auf vier Stunden oder eher so zwei? Nein, ich glaube, das ist so wie die Bad-Doku, ich weiß gar nicht, wie lang. Nee, die war zwei Stunden, ja. Das müsste ich jetzt auch, ich stehe jetzt nicht mehr, aber ich hab die hier vorne als In Deutschland hatten wir ja diese Vox-Ausstrahlung, da hat Vox dann selber vorher auch noch eine Doku gemacht, die auch nochmal, und dann hatten wir vier Stunden insgesamt. Aber Vox war ziemlich lazy und hat da einfach sich wieder ganz viele Ausschnitte schon aus der Bad-25-Doku geholt, was irgendwie doof war, weil das gespoilert hat. Aber ja, ich glaube, du hast die sogar noch ein bisschen länger. Ja, ich glaube, auf der Blu-Ray ist die ein bisschen länger. 131 Minuten steht hier. Ja. Dann passt es doch. Ja, war auch wieder so ein Ding, da war auch nicht so leicht ranzukommen, ne? Die stand nicht einfach so im Laden irgendwie, die musste man sich ganz, ganz schräg bestellen. Ich hab die nicht tatsächlich. Siehste? Ich hab die nicht. Und ich fand die aber geil. Ja, ich hätte die auch gern noch, aber ja, die war halt so schwer zu bekommen, da hatte ich dann keine Lust mehr irgendwann. Ja. Ja, so ist das. So ist das mit dem größten Künstler aller Zeiten, dass man da, ja, hat man zu schwer zu kriegen. Ja, leider wieder viele Gerüchte und irgendwie nichts, nichts so richtig greifend. Also, aber ich kann schon mal, ja, aber wenn es um die Jacksons geht, da würde ich eben auch noch nicht so viel hoffen, weil die, da gab es schon so oft die Pläne, ja, lass uns doch mal hier Live-Konzert veröffentlichen und dann so, nee, doch nicht. Das gibt's ja schon seit die zehn Jahren kommen immer mal wieder die Gerüchte auf. Jetzt kommt eine Victory-Tour. Jetzt kommt eine Triumph-Tour. Also, jetzt kommt dies. Und dann immer so, nee, doch nicht. Und keiner weiß wieso. Wahrscheinlich, weil die Jacksons so sagen, nee, wir wollen noch mehr Geld und keine Ahnung. Ja, das wäre ja möglich, wenn sie die DVD veröffentlichen. Ja. Vielleicht müsste man Jenny mal drauf ansetzen, dass sie die mal anspricht. Denn so gelegentlich sieht man sich ja da anscheinend. Das wäre cool, das wäre cool. Jenny, mach doch mal. Sprich doch mal drauf an, ob nicht bald mal irgendwie eine DVD, bitte, nee, wobei nicht DVD, ja, DVD und Blu-Ray. Ja. Irgendwie sowas. Das mal sowas. Oder einfach ein Download, ey. Da wäre ich auch schon zufrieden mit der Wende. Nee, auch bitte, nee, komm, lass mal. Ja, physisch ist natürlich besser, aber komm, wir müssen nehmen, was wir kriegen können. Immer nur Download. Und ich meine, jetzt sind wir ein bisschen von Thriller auch gerade weg. Was ist passiert mit History Tour, Prag, was da im Kino gezeigt wurde? Nichts hat man mehr gehört, nichts. Die haben einfach ganz ohne Kontext irgendwelche Prag-Sachen gezeigt, der Estate bei irgendeiner Premiere im Kino und alle Leute mussten ihre Handys ausmachen, weil sie sonst rausgeschmissen wären, weil da irgendwelche Aufnahmen gezeigt haben. Nichts ist passiert. Was soll das? Dann zeig doch sowas nicht. Jetzt geht es aber in so eine negative Richtung hier, dass ich auch sauer werde gerade, muss ich sagen. Ja, es ist wirklich so. Mich regt es halt dermaßen auf. Wir haben es wieder geschafft. Ich bin auch kurz davor. Vergleich es doch mal mit anderen Estates, ey. Prince, whatever, Alter, kommen so viele Sachen. Die haben sogar, die haben sogar, Prince hat sogar einen Release von irgendeiner Blu-Ray, wo halt nur eine VHS-Kopie und ein Soundboard-Audio drauf ist, weil sie nichts Besseres hatten. Aber immerhin geben sie trotzdem was raus. Ja. Ich musste gerade denken, als du sagtest, Handys aus und es wird nicht gezeigt, wie lang das her ist, dass du Thriller 3D gesehen hast und gesagt hast, das ist total geil. 2017. Fünf Jahre. So, mittlerweile, auch so geil. Entschuldigung, ich kann das auch wirklich nur noch lustig finden. Ja. Mittlerweile ist die 3D-Technologie aus den Haushalten wieder verschwunden. Was ich übrigens total schade finde, weil ich habe noch einen Fernseher, der das könnte. Ich habe sogar noch einen Blu-Ray-Player, der das spielen kann und hoffe, dass das noch ein bisschen hält. Auch wenn ich nicht dauernd 3D gucke. Aber die Technologie ist also aus den Haushalten wieder verschwunden und es wurde nie veröffentlicht. Ja. Ja, und Ghost auch nicht. 2017, ja. 2017. Aber Ghost wurde nicht nochmal gezeigt. Nee, nee. Ghost wurde da auch gezeigt, aber nur in Videoqualität. Okay. Aber es wurde halt, wurde auch gesagt, Ghost kommt als nächstes dann in 3D und 4K und so wurde dann gesagt irgendwie und kam dann auch nicht. Wurde gesagt? Wurde von John Branker irgendwo gesagt bei irgendeinem Event. Achso, darauf kann man sich nicht verlassen. Nee, ja, aber worauf kann man sich denn dann verlassen? Wenn man sich nicht darauf verlassen kann, was das hohe Tier vom Estate sagt, worauf dann? Ne? Auf nichts. Ja, man wird jetzt schnell aggressiv. Das geht mir gut. Wir haben uns so schöne Sachen vorgenommen. Alter. Scheiße, ja. So ist es. Komm, ich mach nochmal einen Fass auf. Jetzt wird es Thriller 40. Du könntest ja theoretisch auch so schön, aber nee, komm, das haben wir auch schon 100 Mal gemacht. Du könntest jetzt diese ganzen schönen Boxs mit Making of Thriller, vielleicht machen sie es ja. Lass uns mal in einem Jahr wieder drüber sprechen, was sie alles verpasst haben. Oder ob das dann zu Thriller 50 angedacht ist. Also ganz ehrlich, es gibt ja noch eine Sache für die, um wir jetzt mal ein bisschen positiv wieder. Oh cool. Es gibt ja noch was dieses Jahr, was hoffentlich noch passiert, weil es ja versprochen wurde. 4K-Footage. Ja. Wird es mehr sein als nur Thriller? Auf Vivo, auf Vivo, diesem, sprich das nicht so aus, diesen Streaming. Vivo? Vimeo meinst du? Ja, Vimeo, ja. Ja, wäre ja immerhin schon besser als die VHS, die wir noch zu Hause stehen haben. Das ist mir so ein Latz, ob das auf Vimeo oder YouTube HD Videos gibt, wirklich. Ja, aber es ist besser als gar nichts. Nee, das ist genauso gut wie gar nichts. Das ist mir total egal. Ja, nein, aber die werden doch nicht nur, die werden das doch auch physisch dann veröffentlicht. Nur, weißt du, weil das Ding ist, und das wollte ich sowieso heute erwähnen, das passt jetzt auch wieder voll gut, Jonas hat auf seinem Kanal gerade, also auf MJ Willemir, hat er gerade ein Video gemacht zu Making of Thriller Releases. Richtig. Da gab es so verschiedene Formate, auch teilweise, welche ich noch nie gehört habe. Und genau, und da hat er halt auch erzählt, dass dieses, ja, das Thriller, also das wusste sich natürlich auch vorher, das wissen wir alle, aber dass natürlich Thriller irgendwie bis heute kein, nicht mal einen fucking DVD Release hat. Also nicht mal jetzt so ein VHS-Kopie-DVD Release, sondern einfach gar keins. Ich glaube, es gibt nicht mal eine Video-CD. Es gibt eine Laserdisc, das war es dann aber auch. Du meinst jetzt das Making of Thriller. Das Making of Thriller, genau. Ja, das gibt es nicht, das Richtige. Und jetzt wäre ja der perfekte Anlass irgendwie, um das auch in vernünftiger Qualität noch mal zu zeigen. Das stimmt. Und deswegen ist halt die Frage, ob 4K-Footage halt beinhaltet, dass vielleicht neben Thriller, weil ich glaube nicht, dass die jetzt nur bietet oder so, als das Video veröffentlichen und dann Thriller nicht, das wäre ja dem Estate aber zuzutrauen leider. Die Frage ist, wird es daneben halt auch das Making of in 4K geben? Das wäre es halt, ne? Das wäre mal ein super Upgrade, sag ich mal. Wenn du das schaffst, dass ich in den Estate komme, mit einer Petition, dann gibt es das nicht nur, Kai, dann verspreche ich, dass ich nicht zu Thriller 40, dass ich nicht zu Das ist mir zu knapp, das schaffe ich nicht mehr. Aber zu Thriller 100 dann. Aber nee, aber zu Thriller 50 bringe ich das Thriller House als Modell. Oh, das würde ich kaufen. Natürlich. Und in dem Modell sind all diese Dinge, das ist nämlich eine DVD-CD-Sammelbox. Das ist eine gute Idee, tatsächlich. Ja, klar, sag ich doch. Sag mal, wohnen eigentlich noch Leute in diesem Haus? Aktuell? Ja. Das wäre so witzig, wenn es das als Modell gibt und dann die Leute sind einfach so, hä, die haben unser Haus alle zu Hause stehen? Ey, die wissen ja, dass das Haus... Ja, ich weiß. Ja, aber ich glaube, das Haus ist privat bewohnt, tatsächlich. Deswegen darfst du auch nicht auf die Treppen drauf, sondern du musst halt an der Straße stehen bleiben, weil die dann irgendwann genervt waren. Das kann ich auch verstehen, wenn du irgendwie jeden Tag ständig Leute auf der Haustürschwelle stehen hast, die da posieren, dann nervt dich das irgendwann. Ja. Ja. Ja, aber Spaß beiseite. Aber es gibt so viel Potenzial. So wie der Bad-Koffer genau die richtige Entscheidung war. Ich kann es nur nochmal betonen. Könnte man bei Thriller wirklich auch... Den habe ich immer auch nicht, ey. Nein, ich weiß. 600 Euro wollen die dafür haben, die Säcke. Ja, das ist Quatsch. Wie teuer war der nochmal neu? Ich weiß nicht, 150 oder irgendwas. Ey, so eine... Ey, ich kann dir nicht sagen, vielleicht waren es noch 120. Wenn ich den nicht gekauft habe, 150 Euro, voll guter Preis. Ja, ist jetzt geschätzt. Ich habe keine Ahnung. Teurer war ja nicht. Kann ich deinen kaufen? Nein. Für 200. Ich gebe dir 200. Nein, kannst du nicht. Oh Mann, ey. Aber darauf wollte ich gar nicht hinaus. Aber letztendlich das, ne? Solche Sachen. Das wird ja auch mit DVDs häufig gemacht. Sowas wie Hammer, Werder Hammer. Das kannst du auch manchmal in so Boxen kaufen. Liebe ich die Serie. Ja, es ist ein bisschen überholt so, aber ja, ist prinzipiell ganz gut. Oder King of Queens in so einem Lieferwagen, die ganzen DVDs und so. Habe ich ja auch nicht stehen, aber kenne ich halt auch. Ich habe tatsächlich immer wieder in Staffel 1, glaube ich. Ja, siehste. Ja, das wird nicht passieren. So, was aber passiert ist, ist, dass Kai, ich schwenke jetzt mal völlig um. Ja, mach mal. Dass Kai einfach so in so einer Nacht-und-Nebel-Aktion und so kenne ich und liebe ich dich, Kai, wirklich. Das ist wieder so eine schöne Aktion. Und einfach mal kurz einen neuen Videokanal gemacht hat, ohne mir auch nur ein Wörtchen darüber zu sagen. Nicht nur dir nicht. Und ich das nur mitgekriegt habe, weil ich die Malibu-News lese. Also wie traurig ist das bitte? Ich meine nicht, dass ich die Malibu-News lese, ist traurig. Aber dass ich nichts davon weiß. Dass da sogar Kommentare drunter stehen, bevor ich überhaupt weiß, dass so ein Kanal existiert. Und jetzt erklärst du mir bitte mal, was da los ist. Ja, zu meiner Verteidigung muss ich sagen, ich wusste nichts davon, dass Malibu das postet. Aber ich habe mich darüber gefreut, tatsächlich. Du hast gehofft, dass es geheim bleibt, dass ich es nicht mitkriege? Nee, das war wirklich, so wie du sagst, war wirklich eine Nacht-und-Nebel-Quasi. Also es war nicht in der Nacht, aber es war am Tag. Eine Tag-und-Nebel-Aktion war es. Und nee, das war eine ganz spontane Entscheidung. Und weil ich, naja, nein, also es hatte den Grund. Und da sind wir jetzt auch, können wir auch nochmal kurz zurück zu Thriller 40. Ich habe gerade wieder einen Strike gekriegt auf meinem YouTube-Kanal. Wegen eines Remixes, der seit einem halben Jahr online ist. Und zwar von Behind the Mask. Und deswegen wurde mein Kanal jetzt komplett gestrikt, statt mir einfach Bescheid zu sagen, hey, nimm mal das Video jetzt runter, wir wollen Thriller 40 veröffentlichen. Nein, verteilen die einfach Strikes. Und da habe ich mir gedacht, komm, ich mache jetzt einen neuen Kanal auf, den ich separat habe von irgendwelchen Remixen. Weil eigentlich hatte ich ja auf meinem alten Kanal auch so Videos ab und zu, wo ich spreche oder Sammlungen zeige oder irgendwas. Und wenn mein Kanal dann irgendwann gelöscht wird, einfach auch in einer Nacht-und-Nebel-Aktion, ohne dass ich es mitkriege, dann sind diese Videos auch weg. Und deswegen wollte ich das jetzt separieren, dass ich einfach einen sauberen Kanal noch habe. Und genau, da habe ich jetzt einige Sachen so in Planung auf jeden Fall. Aber auf Englisch halt. Ich wollte gerade sagen, du sprichst aber auf dem Kanal ausschließlich Englisch, richtig? Genau. Du willst also global gehen? Naja, ich mache ja, wir haben ja MDJ Reviews auf Deutsch. Der bleibt ja auch Deutsch, es sei denn, wir haben jetzt mal einen Gast im Podcast, der kein Deutsch spricht. Genau. Aber genau, das mache ich so weiter sozusagen, wie mein alter Kanal, der ist ja auch noch da. Nur, dass ich es halt jetzt mit einem neuen Namen und so mache. Genau. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt super regelmäßig kommt. Wahrscheinlich wird es wieder auch, wie bei unserem Kanal, Ewigkeiten nichts rauskommen. Was hast du bisher für Content? Ich habe drei alte Videos, die von meinem alten Kanal übernommen wurden. Das sind so Sammlungen, so Sachen aus der Sammlung. Teilweise so ein komisches Reaction-Video, irgendwie wo ich so versuche, echte Leaks zu finden, was irgendwie auch gar nicht mal so gut geworden ist. Und dann habe ich jetzt, die zwei aktuellen Videos sind einmal ein Video über die History-Tour, 96 Konzerte, quasi so eine Empfehlung, welche Konzerte echt gut sind aus der Zeit, die man sich angucken sollte, die es auch gibt natürlich zum Angucken. Und, was habe ich noch? Nee, einfach nur ein Vorstellungsvideo, mehr oder weniger so ein Vorstellungsvideo quasi, wo ich so ein bisschen erzähle, wie es bei mir war, mit Michael Jackson Fan werden und so. Aber nur ganz kurz, weil man kann jetzt auch nicht so lange Geschichten so ausführlich erzählen. Aber genau, ich plane auch noch andere Sachen. Ich habe zum Beispiel jetzt mit, hatte ich dir ja schon erzählt, ich habe ja jemanden, ich habe ja eine Dame gefunden, die war 1996 mit Michael auf der Bühne bei You Are Not, Oh Gott, ich kann es nicht aussprechen, bei dem You Are Not Alone Song. Und da plane ich jetzt auch noch ein Video zu. Es wird auch ein kleines Video, aber solche Sachen, ich weiß noch nicht. Ich habe mir noch nicht so viel, also ich habe mir Gedanken gemacht, aber ich mache das jetzt ganz entspannt. Ich hatte auch noch ein paar Ideen. Pia ist sicherlich auch mal dabei. Ich hatte nämlich zwei ganz coole Ideen, wo ich sie für verdonnern werde, mitzumachen. Nein, sie hat auch Bock, sie hat auch Bock. Mal gucken, also es geht eigentlich so alles, was mit Michael zu tun hat. Aber es ist halt, wie gesagt, auf Englisch. Und wie heißt denn dieser Kanal, nur wenn man ihn jetzt abonnieren will? Der hat einen Namen, auf den bin ich sehr stolz, muss ich sagen. Nämlich Planet MJ. Oh. Also, ähm. Das ist jetzt doof. Wieso? Sag ich gleich. Dein Kanal heißt auch so, ne? Nee, mein Kanal heißt Planet MJJ. Ach, scheiße. Wegen Michael Joseph Jackson. Ja, scheiße. Ah. Nee. Nein, Spaß. Also, Planet MJ kommt mir so ein bisschen bekannt vor. Kann das sein? Ja, weil es Planet Michael mal gab. Ja, genau, richtig. Aber das gibt's erstens nicht mehr. Das wurde ja total schade, weil ich fand das Projekt total interessant. Ja. Wurde ja irgendwie nicht gemacht. Und, äh, ich hab ja nicht Michael genommen, sondern MJ. Ähm, und ganz ehrlich, mir ist es auch, ich dachte mir auch so, ey komm, ihr habt das vor zehn Jahren aufgegeben, das Projekt. Wieso soll ich jetzt meinen Kanal nicht so nennen? Also, ja, ist richtig. Ich find den Namen auch wirklich gut übrigens. Genau. Und, ähm, ja, und ich hatte auch schon überlegt, ob, 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 äh, ja, was man da noch machen könnte mit euch zusammen vom Podcast, falls es mal was gibt oder so, dass man da vielleicht auch nochmal so ein paar Collaborations machen könnte. Das muss man halt gucken, was sich so anbietet. Es ist halt schwer, weil es gibt so viele Themen immer bei Michael. Sammlungen gibt's ja, wo man viel mit seiner Sammlung irgendwie zeigen, machen, Unboxing, sowas. Dann gibt's ja aber auch total viele Themen, über die man theoretisch sprechen könnte. Aber es sind eigentlich auch immer Sachen, die mich selber auch total interessieren. Das heißt, so Jackson 5-mäßig wird da jetzt wahrscheinlich nix kommen, sag ich mal. So, ne? Genau. Aber könnt ihr mal vorbeischauen, Planet MJ auf YouTube. Ja, muss ich mir auch noch wirklich reinfahren, weil ich hab tatsächlich auch noch nicht so sehr viel, äh, gesehen davon. Weil ich aber auch keine Zeit hatte, ne? Also so ähnlich wie mit den Thriller-Büchern ist das kein Desinteresse, sondern ich muss einfach nochmal ein bisschen Zeit haben. Jetzt hab ich bald ein bisschen mehr Zeit. Kenne ich tatsächlich auch bei Sachen, die ich kaufe. Kann ich das machen. Das kenn ich tatsächlich auch bei Sachen, die ich kaufe. Ähm, irgendwie so über Michael oder so, dass ich tatsächlich viele Sachen mir gekauft hab, in die ich noch nicht reingeguckt hab. Und das ist jetzt auch schon fünf Jahre her, dass ich die gekauft hab. Ja. Irgendwie, also ich hab Bücher noch, äh, die ich mir nie richtig angeguckt hab. Das ist ganz komisch. Man will das irgendwie unbedingt haben, aber man guckt dann teilweise gar nicht rein. Ja. Weil das so ein Sammler-Ding einfach auch ist, ne? Ähm. So ein bisschen. Ne, aber alles gut, Tim. Ich hab jetzt auch nicht erwartet, dass du als Erster alle Videos durchgeguckt hast. Ich hätt's gemacht. Hätte man mir Bescheid gesagt, dann hätt ich da auch... Ja. Nein, alles cool. Ähm. 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 Äh. Ich hab noch, ich hab noch eine Sache hier stehen. Ja, bitte. Eigentlich zwei Sachen, weil, äh, du hattest nämlich im Vorfeld noch was angesprochen. Äh, nämlich, äh, Billie Eilish. Richtig, ja. Ich wollte, dass du dir das mal angeschaut. Hab ich auch gemacht. Äh, Billie Eilish hat Bad gecovert mit einem... Vor vier Jahren. Ich weiß gar nicht, ob... Vor vier Jahren? Wirklich jetzt Quatsch? 2018. Ja. Ach. Ich dachte, das wär neu. Ja, dachte ich auch. Und dann hab ich mir das Video so angeguckt und dann unten aufs Datum geguckt und dann war ich verwirrt einfach. 2018 war das schon. Ja. Das gibt's doch nicht. Also Leute, das ist keine News. Äh. Nö, aber letztendlich zielt es auf die Frage ab. Also erstens, wie es dir gefallen hat und, äh, Folgefrage ist eigentlich, was ist deine Einstellung zu Cover-Versionen? Also ich weiß, dass du selber, selber viel coverst. Also neben dem, was du noch mehr selber schreibst, coverst du aber auch gerne, äh, von Künstlern, die dir gefallen. Ja. Und, ähm, interessieren dich Cover-Versionen von Michael überhaupt? Also nicht von Michael, sondern, äh, Michael Jackson? Also erst mal zu Billie Eilish, willst du deinem erst mal sagen, was du davon hältst von dem Spend? Ne, sag mal, ich bin gespannt, was du davon hältst. Ich weiß ja nicht, wie du sie überhaupt findest. Ja, also ich muss sagen, ich kann mit Billie Eilish nicht viel anfangen. Ähm, also ich hab nichts gegen sie oder so und sie kann auch super cool singen. Also sie hat eine sehr gute Stimme, das, äh, darum geht's gar nicht, aber es geht einfach um, und gerade auch das Bad Cover, muss ich sagen, hab ich nicht ganz komplett gehört, weil es mir nicht, ich fand's ein bisschen zu wehleidig irgendwie. Also ich muss, mir war's zu, und das ist, glaub ich, auch der Grund, warum ich mit Billie Eilish nicht so viel anfange, weil alles, was ich von ihr kenne, so ein bisschen immer dieses, oh, ich bin ein depressives Mädchen oder irgendwie sowas. Das find ich nicht schlimm, aber es ist mir zu, es macht mit mir dann nicht so viel. Und das Bad Cover fand ich halt auch, ja, halt relativ langweilig, muss ich sagen. Also es war mir zu langsam und es fehlte mir irgendwie, ja, aber das ist, es ist halt bei mir auch einfach eine schwierige Sache, weil gerade, wenn's um Michael Jackson Cover geht, bin ich empfindlich. Und ich selber hab zwei Songs von Michael gecovert, ähm, die auch Songs sind, die Michael nie veröffentlicht hat, so richtig. Weil, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie The Way I Make Me Feel cover, also das würde ich niemals machen, ähm, zumindest nicht öffentlich, ähm, ja, also, ja, und zu Covers, zu Coversongs an sich, ähm, ist es bei mir tatsächlich auch so, dass ich da nicht interessiert richtig bin. Ähm, ich überlege halt jetzt auch gerade, gibt's, gibt's ein bestimmtes Cover von, von einem Künstler, was ich, von Michael jetzt, was ich total gut finde. Aber mir fällt jetzt eigentlich keins ein, außer, dass ich das eine Billie Jean Cover von, ähm, Chris Connell, nee, von Weezer fand ich das ganz, ganz okay. Es gibt kein Chris Connell, äh, es gibt auch kein Weezer Billie Jean Cover. Doch, doch, die haben so ein Coveralbum mal gemacht vor, vor zwei Jahren oder so. Echt? Ja, da ist auch von AHA und sowas was gecovert und so, die haben Billie Jean gecovert und das fand ich irgendwie ganz, ganz cool irgendwie, ähm, aber auch nur, weil sich das so sehr am Original gehalten hat und das ist halt bei mir dann immer das Ding. Ah, okay. Ja. Ja. Hast du mal von Chris Connell Billie Jean gehört? Nee. Nein? Ich glaub nicht, nee. Aber du kennst Chris Connell. Achso, Moment mal, ich kenn noch, natürlich kenn ich noch Smooth Criminal von, äh. Alien Endfarmen. Genau, ja. Mochte ich nie. Nee, war auch nicht so meins. Nee. Das lief ja rauf und runter damals. Ja. Ich hab's auch ganz oft gesehen und ich fand's aber auch prinzipiell cool, dass von Michael ein Song da läuft, auch wenn Michael nicht selber singt. Da war ich aber auch noch sehr, da war ich aber auch noch sehr jung. Da warst du, wir sind ja ein bisschen Unterschied, also ich war noch sehr jung damals. Ja, du kennst aber Chris Connell? Äh, ich glaub schon. Sänger von Soundgarden? Ja. Lebt nicht mehr, leider. Sagt mir was, aber vielleicht kenn ich das Cover auch und nur nicht so vom Namen. Das musst du hören, wirklich. Das ist also, ganz großer Hörtipp, das ist wirklich, äh, eines der, der, eine der besten Versionen überhaupt von Billie Jean, neben der von Michael. Ich, 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 ich finde halt, das, bei mir ist das Ding, so bei, bei Cover-Songs von Michael, das, das hab ich jetzt auch wieder gemerkt, äh, ich hör jetzt ja wieder grad ganz viel Michael und so und auch viel Invincible, das Album momentan. Und, und Michaels Songs haben immer so eine gewisse, wie Michael selber auch sagt, so eine gewisse Magie an sich, die irgendwie für mich komplett verschwindet, sobald jemand anders das singt. Das ist bei mir ganz komisch, also für mich ist es halt, seine Stimme, äh, muss das singen und keine andere. Das ist bei mir immer ganz kompliziert und deswegen... Das, was eng verknüpft ist, das ist wirklich... Total, ja, aber das ist nicht so wie bei anderen Künstlern, also wenn ich jetzt von den Beatles, was, jemand anders was singt oder so, finde ich das auch ganz cool eigentlich. Und ich bin ja auch ein Beatles-Fan, aber bei Michael ist es wirklich nochmal ganz anders, also wenn das Michaels Stimme nicht dabei ist, dann ist es für mich irgendwie, ist da was ganz, da ist alles verloren bei mir irgendwie, ich weiß auch nicht. Nein, ich weiß, was du meinst, das ist wirklich schwierig. Es gibt so Künstler, bei denen ist es schwer zu trennen und bei Michael ist das einfach so, weil diese, ja, diese Kombination aus Stimme, Persönlichkeit, Kostüm, Show und Choreografie ist halt einfach so eng verwoben, dass es mir auch schwerfällt, mich davon zu lösen. Ich kriege das mit den Jahren immer ein bisschen besser hin. Ich habe zum Beispiel dieses MJ-Musical, was ich vor Jahren noch total verteufelt hätte, nee, also ich habe, ich übertreibe jetzt, ich hätte es auch nicht verteufelt, aber ich, es hätte mich überhaupt nicht interessiert. Mittlerweile interessiert mich das tatsächlich schon und nach diesem Soundtrack hören, muss ich sagen, das hättest mich noch mehr, das habe ich ja auch in der letzten Folge, glaube ich, schon mal gesagt und irgendwie geht mir das mit Cover-Versionen ähnlich. Es gibt halt einfach sehr gute Cover-Versionen und ich gebe dir als Hausaufgabe einfach mal auf, bitte hör von Chris Cornell, Billie Jean. Ich habe es dir gerade eben per Messenger geschickt, du hast gerade einen Link von mir bekommen und das solltest du auf jeden Fall machen, weil er geht so ab. Es ist so cool, er hat auch so eine geile Stimme und da funktioniert es für mich irgendwie. Bei Billie Eilish war es so, das habe ich dir eigentlich nur geschickt, weil ich wirklich gespannt war, wie du das so finden wirst. Ich finde es so ähnlich wie du, ich finde es irgendwie ganz cool, aber es ist mir auch tatsächlich, es ist mir zu monoton über die ganzen Minuten. Es ist, es kommt nicht viel mehr bei rum, da muss man, glaube ich, großer Billie Eilish-Fan sein und ich habe hier erstes, ich habe hier erstes Album hier stehen, sogar wirklich. Also, nee, es ist gar nicht das erste, aber das, wo Bad Guy auch mit drauf ist. Heißt das auch Bad Guy? Ich weiß nicht ganz genau. Das fand ich ganz interessant, das Album, deswegen habe ich es auch irgendwie und fand das ganz cool. Aber das Nachfolgealbum habe ich mir dann auch wieder nicht geholt, das habe ich dann auch wieder nicht so interessiert, ich weiß auch nicht. Ja, mein Gott, man weiß es nicht, ist ja auch egal, man muss ja nicht alles sammeln. Ja. Hast du denn das Album von Harry Styles, dem neuen King of Pop, eigentlich auch? Harry Styles habe ich, könnte ich dir jetzt nicht einen Titel nennen, da bin ich tatsächlich, ich glaube, ich bin zu alt. Ich kann einen, ich kann einen. Ehrlich, welchen? Watermelon Sugar. Nee, doch. Das ist von, das verbinde ich immer nur mit dem Typen, der bei DSDS die Wassermelone auf den Boden geknallt hat dazu und das so geschrien hat. Ich glaube, das habe ich nicht gesehen. Nee, doch, das habe ich gesehen, das war, das war strange. Nee, also, nee, ich wollte nur gerade mal anmerken, dass Harry Styles ja jetzt momentan, von wem? Vom Rolling Stone oder wer hat den als neuen King of Pop getitelt? Das hatten wir aber auch schon diverse Male, oder? Ja, okay, ja, okay. Bei diversen Künstlern, meine ich. Ja, ja, klar. Bei neuen King of Pop und so. Ja. Ich bin trotzdem noch offen für neue Bands und so, das ist nicht der Punkt, aber meistens spielen die sich gar nicht in diesem Mainstream-Faktor ab, sondern oft kriege ich neue Musik eher mit, wenn die, wenn irgendeine niederländische Band im Jugendzentrum um die Ecke spielt und ich irgendwie denke, Alter, wie geil sind die denn? Das ist ja voll abgefahren. Ähm, und dann weiß ich auch nicht, irgendwie mehr so, ich habe keine Ahnung, vielleicht auch, weil ich kein Radio höre, kann das auch daran liegen? Ja, ja, total. Ich höre ja auch kein Radio und gucke auch nicht wirklich Fernsehen, deswegen kriegt man da nichts mit. Ja, genau, geht mir eigentlich genauso. Ja, ich gucke tatsächlich, ich streame halt Sachen. Ich habe übrigens eine Frage an dich und zwar, vielleicht hast du auch gar keinen Bock drauf, aber ich habe jetzt angefangen mit diesen Song-Empfehlungen. Ja. Oder ich mache das jetzt einfach. Ja, ist gut. Ich habe überlegt, wir können auch eine Playlist machen auf Spotify. Ja, können wir, aber wir haben keinen Account für sowas, oder? Nee, das kann man, das kann jeder, glaube ich, machen. Da müssen wir rausfinden, das können wir ja, kann ich ja mal mich drum kümmern, ob das geht, weil dann können wir eine Playlist machen, da packe ich und du und wer will, also je nachdem, wer immer in den Folgen vorkommt, jeder darf, niemand muss, Songs drauf, die wir empfehlen. Vielleicht auch Songs, die so ein bisschen Vibes haben zu Michael, muss aber jetzt nicht unbedingt. Ich würde das wahrscheinlich so machen und vielleicht haben ja auch die Zuhörer coole Songs in den Kommentaren irgendwie zur Empfehlung. Dann kann man das mal hinzufügen. Wie die Playlist heißt und so, das kann man jetzt noch nicht sagen. Erstmal müssen wir rausfinden, wie das geht. Und genau, aber ich habe auf jeden Fall eine Empfehlung heute und das ist auch so sehr Michael-Vibes und passt auch zu Thriller, nämlich, das kennst du bestimmt, Mr. Telephone Man von... Nee. Weißt du nicht? Von New Edition. Mr. Telephone... Ich müsste es jetzt wirklich hören. Aber New Edition kennst du. Ja, New Edition, klar, kenne ich, aber Mr. Telephone Man. Mr. Telephone Man ist quasi der Song, der, ich glaube, der ist 84 oder so erschienen, klingt aber tatsächlich noch so wie ein Song von 79, also noch mit, ohne Lindrum, sondern so mit echten Schlagzeugen, klingt so ähnlich wie so im Soundschema von Baby Be Mine, von Thriller auch. Und der ist super funky und super, macht mega Spaß. Ich habe auch ein paar Platten von New Edition. Ich mag die total gerne. Und der, wenn ihr den nicht kennt, hört euch den mal an. Der ist ganz cool. Mr. Telephone Man. Das muss ich jetzt natürlich parallel hier eben laufen lassen. Mach das mal. Ja, ich habe jetzt mal parallel eben reingehört und muss sagen, ich kenne das dunkel. Aber es hat mir jetzt nicht wirklich was gesagt, aber ich kann mir gut vorstellen, dass Michael das sogar singen würde. Ja, voll. Das ist ja, das ist so ein Vibe, der total passt. Bobby Brown ist ja Teil von New Edition gewesen, damals noch. Und also New Edition war quasi die Jackson 5 Boy Band der 80er, so kann man irgendwie sagen. Die wurden so ähnlich und die klingen auch so ähnlich. Auch der erste Hit von denen klingt so ähnlich wie ABC und so. Und genau, Bobby Brown klingt ja auch von der Stimme her ziemlich, also hat so Michael Vibe irgendwie. Ich glaube, der singt da zum Großteil in der Hauptstimme. Ja, auf jeden Fall mal anhören. New Edition hat sehr viele coole Sachen, sehr viele coole Sachen. Auch in den späten 80ern noch sehr viel Dangerous, New Jack Swing Stuff und sowas, sehr cool. Okay, ja, höre ich mir auch mal an, auf jeden Fall. Was wir uns jetzt nur noch anhören können, denn wir sind, glaube ich, thematisch gesehen hier am Ende und freuen uns dann darauf, euch in zwei Wochen wiederzuhören, ist Matthias im Herbst. Das heißt aber nicht Matthias im Herbst, aber irgendwie hat er das, glaube ich, so genannt, als er uns die Datei geschickt hat. Also sag ich es aber mal so, Matthias im Herbst, für die, die es nicht wissen, Matthias ergänzt die Folgen immer sehr schön im Monat, um Dinge, die in diesem Monat oder in diesen Monaten, je nachdem, welchen Zeitraum er umspannt, eben mit Michael und den Jacksons so passiert sind. Und das passiert auch dieses Mal. Mein Highlight, Captain Io, darüber können wir übrigens auch mal eine Folge machen. Aber hört am besten selbst. Ich verabschiede mich schon mal und sag tschüss und gebe die letzten Worte heute an Kai. Los geht's! Ganz was Neues. Ja, ich sag auch nur schon mal tschüss und danke, dass ihr unser Podcast gehört habt. Und genau, wir hoffen, dass wir nächstes Mal irgendwie auch vielleicht zu Halloween was Cooles hinkriegen. Mal gucken. Und ja, auf jeden Fall. Oh ja, die berühmte Halloween-Folge. Ja, ja, da müssen wir mal gucken, ob wir da irgendwie was hinkriegen. Und ja, auf jeden Fall, jumpen wir dann jetzt wieder in die Time-Maschinen. Und ich sag auch tschüss, bis zum nächsten Mal. Ich weiß nicht, wie ich dir sagen soll, aber du sitzt in der Zeitmaschine. L.O.V. Matthias. Hallo ihr Lieben und auch alle anderen. Hier Matthias. Heute mit Michael Jacksons Stationen in den Herbstmonaten September und Oktober. Ich versuche mich diesmal auch etwas kürzer zu fassen als letzt. Wir starten mit dem Herbst 1963. Der fünfjährige Michael hat seinen ersten öffentlichen Auftritt bei einer Aufführung an der Garnet Elementary School. Er singt A Cappella, Climb Every Mountain und wird dadurch kurz darauf der Liedsänger der Jackson 5. Sechs Jahre später, im Oktober 1969, Michael ist gerade elf geworden, erscheint mit I Want You Back die erste J5 Single und wird in sechs Wochen zwei Millionen Mal verkauft. Die 70er Im Herbst 1970 stellen die Jackson 5, während I'll Be There die Charts anführt, einen Rekord auf für I Want You Back, ABC and The Love You Safe mit weltweit insgesamt zehn Millionen Exemplaren der Singles. Zudem erscheint am 15.09. das Third Album. Einen Monat später beginnt die erste Tournee. Ein Jahr später läuft auf ABC TV erstmals eine J5 Zeichentrickserie. Im Oktober wird mit Got To Be There Michaels erste Solo-Platte veröffentlicht. Im Herbst 1974 erscheint die LP Dancing Machine. Danach treten die Jackson-Brüder mit ihrer Kabarett-Show in Nevada auf und touren kurz darauf durch den fernen Osten. Ein Jahr später ist der Abschied von Motown. Doch bereits zwölf Monate danach, am 16. Oktober 1976, erscheint mit Enjoy Yourself die Jacksons-Debüt-Single unter CBS Records. Im Oktober 1977 beginnen für MJ die Dreharbeiten zum Film The Wiz. Außerdem erscheint das Band-Album Going Places. Im Folgejahr feiert die Destiny-Auskopplung Blame It On The Boogie Charts Erfolge und The Wiz, inklusive Soundtrack-Veröffentlichung, Premiere. Das Jahrzehnt endet aus herbstlicher Sicht mit der Destiny-Tour und Platz 1 für Michaels Off-the-Wall-Solo-Single Don't Stop Till You Get Enough. Die 80er. Im Oktober 1980 erscheint das Jacksons-Album Triumph. Ein Jahr später läuft die dazugehörige 81er-World-Tour. 1982 beginnt im Herbst die Arbeit am Storybook-Album zu E.T. Am 2. Oktober erscheint die Single Muscles von Diana Ross, geschrieben und produziert von Michael Jackson. 1983 zeigt sich im September der Thriller-Hype unter anderem darin, dass Billie Jean und Beat It in neun beziehungsweise sieben Ländern Nummer-eins-Hits sind. PYT steigt am 8.10. in die Pop-Singles-Charts ein. Ende Oktober erscheint Pipes and Peace von Paul McCartney, inklusive Say, Say, Say und The Man, jeweils mit Michaels Beteiligung. 1984 läuft die Victory-Tour. Zeitgleich erscheint in England die LP A Special Part of Me von Johnny Mathis oder Mathis, ich weiß nicht, wie er ausgesprochen wird, mit dem Titel Love Never Felt So Good von MJ und Paul Anker. Zwei Jahre später, im September 1986, feiert Captain Io Premiere in verschiedenen Disneyland-Parks. Im Folgejahr 1987 startet die Bad-Ära. Die Singles I Just Can't Stop Loving You, Bad und The Way You Make Me Feel erscheinen. Am 12.09. startet, Zitat, Typhoon Michael in Japan seine erste Solo-Tournee, die bis Januar 1989 dauert. Ende Oktober 1988 läuft der Film Moonwalker in den japanischen Kinos an. Die 90er. Am 19.09.1991 wird innerhalb der dritten Staffel der Serie The Simpsons erstmals die mittlerweile berühmte Folge mit Michael als Synchronsprecher ausgestrahlt, inklusive Song Lisa, It's Your Birthday. Im Folgejahr läuft die Dangerous Tour, ebenso im Herbst 1993. Am 12.09.1994 eröffnet Michael die MTV Video Music Awards, wobei er seine Ehefrau Lisa Marie Presley erstmals öffentlich küsst. 1995 erhält er bei derselben Veranstaltung erste Awards für History, genauer gesagt für die Singles Scream, und liefert zudem eine grandiose Live-Performance, unter anderem von Dangerous und You Are Not Alone. Das Ganze am 7.09.1995. Exakt ein Jahr später, eben am 7. September, eröffnet MJ die History-Tour in Prag, vor etwa 135.000 Menschen im Lettner Park. Ich selbst durfte dabei sein, sowie der ein oder die andere aus der Podcast-Community. Das 21. Jahrhundert, am, genau, 7.09.2001, 30 Jahre zuvor war Michaels erste Solo-Platte Got To Be There erschienen, sowie am 10.09.2001, einen Tag vor dem 11. September, finden zwei große Konzerte innerhalb der 30th Anniversary Celebration im Madison Square Garden statt, wo Michael auch erstmals nach 17 Jahren wieder mit seinen Brüdern auftritt. Rund 50 Tage später, am 29.10., erscheint sein zehntes und letztes Solo-Album zu Lebzeiten, Invincible. Im Jahr 2009 wird am 3. September, drei Monate nach der großen Trauerfeier, Michael auf dem Forest Lawn Memorial Park in Glendale, Kalifornien, beigesetzt. Neben der Familie sind etwa 100 Trauergäste bei der Bestattung anwesend. Ende des Folgemonats, am 28.10., startet der Film This Is It in den Kinos. Drei Jahre später erscheint posthum Bad 25, sodass wir nun im Jahr 2022, während wir auf die Veröffentlichung von Thriller 40 warten und fünf Jahre nach dem posthum Halloween-Album Scream, den 35. Geburtstag von Bad, wie übrigens auch vom Malibu-Fanclub, feiern dürfen. L.O.V.I. Matthias L.O.V.I. Matthias